Eigentlich wollte ich ja noch gar nicht aufnehmen, aber ich will mal zeigen, wie mühsam das ist, wenn Schnellreisen nicht funktionieren, weil das nicht so vorgesehen ist. Wir müssen ja, ich möchte da hin, da unten möchte ich hin, ne? Das habe ich mir auch markiert. Hier ist zwar ein Lagefeuer, das kann ich mir aber, das kann ich aber nur hervorheben, also markieren. Und das war's denn. Das heißt, man muss laufen. Äh, 10 bis 15 Betrieb, äh, Spielstunden. Warte mal, ich will mal was gucken. Kann man das hier so aufmachen? Äh, da sehe ich aber jetzt viel. Ich will in die Bibliothek. Diskussion, Notizen, Errungenschaften. Kann man da was sehen? Spielübersicht. Timer. Keine Ahnung, was der soll. Guides. Also ich habe jetzt hier mir das Overlay angemacht. Screenshots. Webbrowser. Controller-Einstellung. Einstellung. Ach ja, na gut. Dann geht das halt nur so, hoffe ich. Wo haben wir hier Steam? Da. Also, ich hatte gestern schon 10 Stunden. Oh, die Texturen. Was das Gute ist da dran. Man kann hier wieder Sachen sammeln. Ich guck gleich mal. Hier ist das Ding, wo man sich stärken kann. Genau. Jetzt muss ich hier aber irgendwie raus. Da oben. Ich guck gleich mal, ob das richtig ist. Das sieht gut aus. Da müssten wir irgendwie wo durchgehen und dann da in dem Gebiet rauskommen. Und wenn das stimmt, wenn ich das jetzt richtig deute. Hier, ne? Hier. Ja, hier geht es jetzt rein und dann müssen wir da irgendwo rauskommen. Hoffe ich. Inständig. Ja. Das Pyrite ist auch nachgewachsen. Cool. Hier ist wieder so eine Bippel. Die sind hier auch ständig. Und immer. Ich will jetzt nicht sammeln. Ich will hier durch. Ich hoffe. Drück mir die Daumen, dass ich auf der richtigen Seite bin. Sonst red ich spät. Hä? Wie soll man denn da hinkommen? Ist denn da noch ein Ausgang? Hier ist doch kein Ausgang. Hier ist ein Schnellreisepunkt. Ich habe wieder falsch gedrückt. Jetzt bin ich hier, ne? Wie soll ich denn da hinkommen, Herrgott? Kommt man denn da oben rüber? Warte mal. Hier ist. Ja, das kennen wir ja alles. Hier sind wir. Ah, nun lauf doch. Aha. Da kommt man doch irgendwo runter. Muss man ja von hier irgendwie hinkommen. Das sieht gut aus. Pilz. Bisschen stolpern. Das macht ja nichts. Bis jetzt noch keine Geisterlichkeiten, ne? Ich will es mal nicht beschreien. Jetzt gehen wir direkt drauf zu. Da ist wieder so ein Schemen-Nest. Es gibt Erfahrungspunkte. Ja. Wie werden wir denn gleich mal beschwören? Ich muss bloß hier erstmal hin. Da. Zeigt mir eure wahre Gestalt. Haben wir ein paar übersehen? Gott, Goethe, du bist ja zäher als die Kakerlake. Ah, du sollst laufen. Ah, ich hab wieder getrunken. Ah, Mist. Heute nicht. Bewege und Red. Darf ich auch mitmachen? Nein. Der war heftiger. Aber heute, jetzt lief es besser. Komisch, warum das denn mal so reagiert und mal so. Na, ist egal. Ich bin wahrscheinlich zu blöd. Das wird es sein. Damit haben wir die Sache geklärt. Da oben ist ein Seil. Toll. Und das fehlt mir hier. Äh, falsch gedrückt. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Hier hinten geht es auch noch weiter. Da ist eine Höhle. Da gibt es aber jetzt keinen Eingang. Wie da jetzt hinkommen? Seltsam. Gut, hier gibt es noch einen anderen Weg. Ich glaube, ich bin... Ich hätte hier noch anders gehen können. Hier oben war ich nicht. Hier oben war ich noch nie. Wo bin ich jetzt? Da. Ja. Hier wird ja so ein Weg angezeigt, wie gesagt. Und hier ist die Grenze, glaube ich, ne? Von dem Gebiet. Da frage ich mich, wie man da hinkommen soll. Ernsthaft. Du sollst genau das tun. Oh, geh doch mal weg hier. Wo ist denn der andere? Da. Geh weg. Oh. Ist das lästig. Arschloch. So. Das funktioniert heute trotzdem besser. Vielleicht wäre ich gestern auch zu müde. Wo bin ich jetzt? Da bin ich. Ich glaube, bin ich da... Hä? Was war das? Da ist noch was. Ah, Blatt. Es kommt auf jedes Blatt an. Blatt and Run. So, und da war noch eine andere Möglichkeit, wo lang zu gehen, ne? Hier. Gehen wir hier mal lang. Klappt echt besser. Ja, damit gehe ich da hinten hin zurück. Das wollte ich ja noch gar nicht. Ich wollte gern wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, da oben hinzukommen. Von hier bin ich gekommen. Etwas versteckt sich. Ah. Da. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Und hier hat Sinn gemacht. Ja. Laut Karte natürlich nur. Und hier oben brauche ich... Und kann ich nicht bleiben. Hier kommen wir nicht weiter. Was ist da? Ist das eine Brücke? Hier war ich auch noch nicht. Jetzt stehe ich hier, ja. Es müsste doch eigentlich einen Weg geben, da hinzukommen. Aber ich sehe ihn nicht. Und ich kenne ihn nicht. Da hinten wollen wir hin. Weil da oben in der... Die Höhle würde ich natürlich gern... Hervor... Hervorheben. Untersuchen. Weltfortschrift. 9%. Ernsthaft. 9%. 10-15 Stunden. 10-15 Stunden. Hervorheben. 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 Und ich bin ich... Und ich bin jetzt hier richtig. Und ich weiß es nicht. Doch hier müssen wir durch. So. Und dann da oben hoch. Hier ist ja auch nicht irgendwie sowas, ne? Sowas ist hier nicht. Das hätten wir ja gesehen, also, dass sie so eine Verbindung schaffen kann oder so, das geht ja nicht. Okay, jetzt müssen wir jetzt mal wieder zum Feuer kommen. 67 Meter. Und dann einfach eine Schnellreise machen? Mal gucken. Das ist aber ganz schön versteckt hier alles. Wo ist jetzt das Lager? Oh, ist das ein Gewätze. Ah, das ist... Finde ich nicht so gelungen. Das mit der Schnellreise. Nee, macht gar keinen Sinn, was ich hier mache. Toll. Wie komme ich denn da jetzt hin? Von wo denn jetzt aus am besten? Guckt euch das mal an. Hier sind keine Lagerfeuer, gar nichts. Das war also sinnlos, was ich hier gemacht habe. Ja. Wie komme ich denn jetzt von hier dahin weiter? Wir können ja jetzt diese brüchigen Wände zerstören. Wie lange soll ich denn noch drauf warten? Ich brauche das Loot. Ich brauche das Zeug zum Skillen. Ah, ich habe falsch gedrückt. So. Jetzt habe ich richtig gedrückt. Hier ist aber gut. 51 Meter. Die Höhle habe ich mir ja markiert, ne? Habe ich das? Ja. Da wollen wir rein. Da unten ist sie. Da komme ich aber nicht hoch. Von da ganz hinten. Und hier ist nirgendwo ein Lagerfeuer. Echt jetzt? Die haben den Schuss nicht gehört. Und dann soll man das... Haben die das alle hier ignoriert? Ich würde gerne mal so eine Karte sehen. Fähigkeit, Hindernis hervorheben. Ich weiß noch nicht mal, wie ich da reinkommen soll in diese Höhle. Eingang. Eingang. Mehr steht hier nicht. Nur Höhleneingang. Och. Ja, bleibt mir ja eh nichts anderes übrig. Ja, keine Angst. Ich mache nur eine Folge und dann gehe ich das hier zu Fuß ab. Weil hier ist vorbei. Hier kommen wir nicht hoch. Das heißt, ich muss hier elendig weit laufen. Um da hinzukommen. Da brauche ich kein Schnellreisesystem. Dann können sie das gleich ganz abschaffen. Ah, ich kann noch Brüht sammeln. Das rüstet. Ne, nicht wirklich. Ich guck gleich mal, wo wir sind. Guckt euch das mal an, was man davon um... Jetzt muss ich von da... Na gut. Gut, in dem Zusammenhang kann man natürlich auch sagen, hat man denn vielleicht keine Lust, die Haupt... äh... die Nebensachen mitzumachen. Und macht dann nur die Hauptstory. Und kommt so auf die 10 bis 15 Stunden. Also, ich schätze mindestens 40, so wie bei Mirage. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Willst du mich nicht um Hilfe bitten? Oh. Gut, dann habe ich das jetzt mit dir gemacht. Geht auch mal. Das nehmen wir auch. Na. Das mit dem Markieren klappt leider nicht immer. Ich drück dann zwar auf die Klöppel. Das kapiere ich auch immer nicht. Wenn man einen Gegner vor sich stehen hat. Dann ist man doch auf den fixiert irgendwo. Und will mit dem kämpfen. Und nicht mit irgendeinem, der hinter einen steckt. Oder was weiß ich wie. Ich verstehe. Ich kapiere sowas nicht. Echt nicht. Ist das machbar... Nicht umsetzbar technisch? Ja. Darf ich auch mitmachen? Nein. Oh, hinter mir. Kann ja so sein, dass er sich keinen geholt hat hier. Nur mal gucken, ob hier noch was ist. Mal gucken, wo wir sind. Da ist die Barriere. Da kommen wir dann in die Höhle. Und das konnten wir ja nicht kaputt machen. Aber ich sammle hier erstmal noch die Pflanze. Und den Pilz. Und hier die Höhle ist das. So. Oh, okay. Ach, Quatsch. Oh. Da können wir klettern. Da kommen wir auf die Plattform, würde ich sagen. Und da ist irgendwas, würde ich sagen. Da ist was zum Schießen oder so. Na ja, mal schauen. Wir gucken uns hier mal um. Erstmal sammle ich das. Hat du. Dann sammle ich... Nein, da komme ich nicht hoch. Das geht nicht. Das ist technisch nicht umsetzbar. Hier kann ich nur hochklettern. Dann klettern wir jetzt da mal hoch. Wahrscheinlich muss man die alle sammeln. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Ja, das geht nicht. Das weißt du doch. Das ist zu kompliziert. Da einfach mal ein bisschen hoch zu hüppen, geht nicht. Da kannst du auch auf A drücken. Passiert nicht, weil... Ist nicht vorgesehen. Und wenn nicht vorgesehen, dann nicht vorgesehen. Da kann man was kaputt schießen. Jetzt habe ich was kaputt geschießt. Kann ich da unten weiter und ich kann hier oben weiter? Hier oben geht es dann weiter, ne? Dann gehen wir erst mal unten gucken. Oh, guck mal. Das geht, ne? Das geht. Ja, die brauche ich jetzt nicht. Was ist das da? Was ist das da? Hier ist irgendwas. Eine Beschwörung. Nee, hier ist so ein Ding. Der Jäger. Das ist wieder so ein Hexending, aber jetzt haben wir das mal hier markiert. Genau. Und da oben kommen wir denn da hinten raus. Alles klar. Guck mal, wenn ich da jetzt runter kann, warum kann ich denn jetzt hier nicht rauf? Ich drücke A. Ich drücke auf A und es geht nicht. Nicht. Nicht, weil das geht. Hier geht gar nichts. Hier geht gar nichts. Das ist die... Eine andere Form von... Wir hatten ja gar nichts. Wir hatten nichts und es ging nichts. Da ist noch so ein... Guck mal, was da noch so ist. Wie kommt man denn da hin? Da unten, ihr lichtet jetzt auch was? Ach hier. Warte mal. Wollen wir das mal probieren, ob das geht? Wollen wir das mal probieren, ob das geht? Aha. Wann kann ich da jetzt hin? Cool. Jetzt nochmal so ein Hexenschrein. Nee, das war wieder so eine Figur. Ah. Finde alle 95 Jäger. Das ist wie bei Fakai Primal, die blauen Hände zu finden. Da gibt es nur 100. Guck und dann sind wir hier. Hier sind wir jetzt. Hier. Dann haben wir das jetzt endlich geschafft. Um festzustellen, dass da noch was ist. Cool, ne? Jetzt ist da hinten... Ah. Juckt das Ohr. Und da ist eine Hütte. Jetzt wollen wir da hin. Und da ist eine Nebenaufgabe. Was ist das denn? Spuckermittlung verfügbar. Ja, das ist doch mal was. Und jetzt muss ich da hinten hin. Und das geht am besten, wenn ich da hinreise. Das mache ich mal. Und ich melde mich denn, wenn ich da bin. Ich sage dir mal, danke für diese kleine Zwischenfolge. Und nächste Folge gibt es bestimmt was Interessantes. Hoffe ich. Ja, was hat das? Viel Glück. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.